Yo, mein Lieben Zuschauer, heute spielen wir mal Minecraft Pocket Edition, Leute. Und oh mein Gott, es ist schon so, so, so lange her, dass ich das letzte Mal Minecraft Pocket Edition gespielt habe. Also, beziehungsweise mittlerweile ist es jetzt die Minecraft Windows 10 Edition, weil man die auch plattformübergreifend spielen kann. Das heißt, man kann mit dem Handy einfach gegen Leute zocken, die auf dem PC, keine Ahnung wo zocken, Leute. Und gebt euch einfach mal, ich hab mein Skin hier, ich hab mich leider nur Remus 590 genannt, weil Remus 590 schon belegt war, Leute. Nein, doch. Und da würde ich einfach mal sagen, wir springen auf irgendeinen Server und suchen uns einen nicen Spielmodus. Alter, Leute, wie viel größer die Minecraft Pocket Edition Community ist, als die normale Minecraft. Wie kann es sein, dass auf Gomme nur 2000 Leute drauf sind und auf einem Liveboard Minecraft Pocket Edition Server 7000. Das ist einfach mega krass. Aber ich würde sagen, wir jumpen einfach rein. Okay, Leute, es sieht schon mal alles ganz normal aus. So relativ ähnlich zu dem, wie es im Moment aussieht. Aber ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal ein bisschen Sky Wars. Okay, lol, es gibt hier mal so einen eigenen Ladebildschirm. Das ist ja mal mega interessant. Okay, wir sind drin. Ja, es sieht eigentlich alles genauso aus, wie auf anderen Servern. Also diese Pocket Edition Server haben sich echt richtig krass entwickelt. Leute, ich denke mal, dass wir die Runde direkt gewinnen, oder was sagt ihr? Okay, Andreas, es reicht jetzt auch schon wieder. Oha, okay. Ja, man kriegt hier Mittel-Stuff. Also gar nicht so guten Stuff eigentlich. Ja, normal. Im Beschwerden kann ich mich da normalerweise eher weniger. Okay, Leute, das Ding ist, guckt, guckt. Leute, nachdem ich jetzt einfach skandalös auf den Server gekickt wurde, wahrscheinlich weil die Verbindung so schlecht ist, weil es ein amerikanisches Server ist, spielen wir einfach mal auf der Map hier. Die kenne ich sogar noch von früher. Ich glaube sowieso, Leute. Die meisten Leute spielen es wahrscheinlich eh nicht mehr auf dem Handy. Falls ihr Bock auf mehr Minecraft Pocket Edition habt, schreibt es in die Kommentare. Leute, ich habe echt festgestellt, man kriegt hier echt ziemlich viel unnötigen Scheiß. In der Tat. LOL. Wie guckt, wie sieht denn das aus, Leute? Was denn das? Jo, das verdeckt ja meinen ganzen Bildschirm. Was ist da los mit mir? Oh, baby. Wie ist es bei mir nicht? Alter. Iß, Junge. Iß. Alter, Leute, gebt euch das mal. So was sollte es mal auf Gommel geben. Man drückt nur so hin und dann baut man sich schon. So mal. Ey. Ey, Mann! They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. 2000 Jahre später. Okay, Leute, ich habe jetzt zwar leider nichts mehr gefunden, aber wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir in deiner Bewertung. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Alter, ich war gerade wieder richtig durchgedreht oder ich rede einfach schlechter. Alter, keine Ahnung. Hier ploppen die anderen Videos aus. Das ist heute für ein Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir in deiner Bewertung auch rein. Macht's gut und ciao.